lo und herzlich willkommen zu einer neuen ich habe jetzt doch rote ränder so eine scheiße egal willkommen zu einer neuen folge league of legends wir spielen one trick ponies und als der mit laner hilft mir dafür was im klartext bedeutet wir spielen beide ein champion nur noch und werden damit probieren auf erstmal platin 5 zu kommen wir sind beide gold 5 momentan und ja und wenn der champion gebannt ist werde ich es real picken und chris zwane genau und unsere main champs sind pantheon und rice weil man sich auf mehreren lanes spielen kann und er ist einfach flexibel aktuell sind wir beide gold 5 ich bei null punkten und chris bei 26 glaube warten warten wir mal das spiel ob ich dann auch bei 26 dann bin ich sowieso bei 1 perfekt start hast du so viele spiele verloren ein paar ok meine mma ist auch marsch ja meine auch aber weil ich jetzt ewig nicht mehr gespielt habe ich dann als eine bessere oder schlechter loktiv ändert sich nicht das tja dann werden wir das neue niveau ich mache das red buff und dann schaue ich vielleicht mal hoch wenn ich noch genug leben habe richtig ja also ich dann meine kommentar zu haben also halt alle ganz schön hintereinander na gut geil ist schon pantheon im jungle weil er ja jeden vierten auto attack einen blog bekommt das ist schon schädig dann verliert man nicht wirklich viel leben er ist ja auch eigentlich na weiß gar nicht im momenten schon stärker auf jeden der top und jungle ja ich komme ja jetzt nicht gemerkt weil jeder will denn nicht laufen da bleibt halt gar keinen bock da würde gar nicht laufen ja ich weiß ich habe hier unten gewartet weil ich jetzt dachte er rennt vielleicht dahin was macht er rennt einfach gar nicht weg egal also ein guter start für uns aber schon botlen die mf hat doppelt so viel fahren wir uns rüber hin das fängt nicht gut doppelt fast dreifach leider ja was schreiben die schon wieder ja flame jetzt schon naja willst du mir gar nicht durchlesen das wird sich auch niemals verändern der gold elus sowieso nicht ja das stimmt ich persönlich fände ja gold schlimmer als silber ne vom flame her kann ich nicht wirklich beurteilen ohrmitte ach du warst du warst ja noch nie silber ne nicht in letzter zeit naja du hast ja alter junge ist das der neue main punt oh 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 nein oh gott amumu ist safe silber alter ohne scheiß das war jetzt cool ja ich hätte sie eigentlich retten können aber ich habe halt mein camp weiter gemacht weil ich dachte sie kommt noch weg und victor ist ihr dann gefolgt und jetzt naja egal es ist halt wahrscheinlich der one trick pony jazoo alter zumindest tut er so ja jeder jazoo spielst du es könnt ja übelst was dann sind sie alle voll scheiß ja mann das ist dann halt richtig deep gehen pass auf gleich macht er einmal eh bei mir in den tower und ich mach einfach weh das ist der klassiker oh mann das ist sowas hasse ich ne ja okay aber vielleicht einfach nur naja ach keine ahnung es war ja immerhin ein gang aber unsere bot lane ist jetzt schon zum zweiten mal gestorben und sie hat halt 17 farm jetzt sie hat sechs last hits gemacht und ist dann wieder gestorben ich kann mir schon vorstellen was auf der botland die ganze zeit passiert sie lässt sich einfach 24 7 von mfs q treffen ah leblanc hätte fast mit victor geklärt das ist keine skills mehr oder ne leblanc hatte auch ja ok keine ahnung ähm ja so tp lol victor war halt noch da nice oh mein gott was machen die denn da unten naja schau mal wo vane gestorben ist und schau mal wo syra ist guck mal einmal ja so zu deep er hat halt direkt no life nice ja wenn ich ulti hätte würde ich kommen aber wise ist so strong eh wirklich zu krank das einzige was im pantheon abfuckt sind die mana probleme meinst du es lohnt sich eine träne zu kaufen was ist meinst du es lohnt sich träne zu kaufen mit muramana dann meinst du es bei dir oder wie ja äh ne nicht ne ok eh lieber ähm ach ich komm grad nicht auf den namen den essence river da ne ne jetzt nicht wegen mana sondern oh alter naja äh äh ihr ding ist da mit dem magie schilder ach so banschies ja ist im moment viel zu strong auf punt eigentlich ja schau mal ich geh early game aber erstmal nur auf schaden ja ist ja eigentlich voll gut wegen magic pen äh magic pen armor pen und du kriegst ja magiere selbst gegen die oh ja ja top lane wieder ja naja solange der nicht bot lane auch noch gankt ich mein die fäder schon 0 3 mit 18 farm oder die nicht schlimmer werden alter das wird halt eh richtig eklig mf ist halt dreimal wayne und wayne ist keinmal wayne die sammung ey ich wollt grad schon sagen ne das ammung ja ey jo ich will halt nicht hingehen ehrlich gesagt ich hab keine lust jetzt zu sterben weil die nicht reagieren alles klar wow ähm ammung und bring uns da ja so ist das tja irgendwie fängt das genau so an wie als ich mad war und mit dem spieler aufgehört hab ja leuliner als ich nie ne ja jetzt hätte ich genau die gleichen gegner jetzt hätten sie einfach drei monate gewartet oh er ist wieder da lasst alles schnell spielen und fien ja hatte ich kein mana mann hab's grad gesehen ja ich hab ulti warte mal ja ich hab gar kein mana also hast du keine region achso ammung ist eh da geh weg ja follow der dich leider ja der hat halt dicke boys wollte ich mal hart behaupten dann kriegt er doch oh au das ist nicht so cool ja aber leplong ist da komm ja du gönn ihn dir ich gönn ihn mir oder du gönnst ihn dir ne ja ich hab auch mal auf rice crew dann ey what the fuck wie ist die bot lane von denen gestorben was ist passiert ey vain op 25 farmen in 10 minuten oh ja die ist richtig op what the fuck ey ja wobei mein farm jetzt so auf 10 minuten gerechnet auch nicht geil ist ja aber zumindest hat leplong doppelt so viel wie victor das ist schon mal was gleicht etwas die bot lane aus und ich habe ja 2 0 und cyber fangt er noch naja ich sag es mal so wenn die jetzt nicht trollen würde wäre es ja übelst sehr easy win von daher ja ich mein bisschen bisschen challenge muss das ja schon sein ja bisschen challenge ja sind ja eh schon challenger von der queue time her ja das stimmt ah tpn 15er that's very well alter tja der call ist draußen hm ähm tp ich jetzt tp ob man ah ne sind nur 4 minions ich werde mal meinen tp falls wir dort was machen oder falls ich gleich wieder sterbe mhm ja ich habe immer noch rötchen ich mache kurz raptors wegen wort buff und dann komme ich nicht oder vielleicht doch passt schon meinst du der geht back wieviel leben hat denn der der hatte voller welt war auch back achso warte mal ich mach mal kurz meine 4 zauber nach meinen stacks ich weiß nicht ich könnte hinter ihn ulten mach mal ulti mach mal jetzt schon schnell root ihn oh leuer gd rein ist der stack behindert oder so boah dat flash man aber nur für schnell du hast ihn man naja ich weiß nicht naja ich kriege ihn nicht doch geh auf ihn geh auf ihn ach scheiße ich bin tot ja leblock moved nicht ja ist halt echt rip ey victor war so low man das wäre halt ein easy triple kill geworden sie moved halt immer noch nicht die weiß schon dass victor fünf und vier ach keine ahnung du gönnst ihn dir einfach trotzdem alter nein ja ich mach das ich hab jetzt boys heute oh gott oh shit ist der hier so geistig behindert oder so oh oh mein gott oh nice come on oh die q oh mein gott oh mein gott alter der war eigentlich so schlecht ey das würde ich eigentlich sterben müssen ne die q war so geil ich denk mir so oh er macht grad so ne kuh jetzt ist jazu tot dann stehen da einfach 5 minions das ist halt bei boys dad nicht so geil mit so ne kuh aber der ist halt zu dumm dafür ja der jazu alter entweder trollt der oder der ist echt so schlecht Ja komm, man, seine Windwolle, hast du die gesehen vorher? Er hat sie einfach komplett in die falsche Richtung gemacht Und die LeBlanc, sie followt halt kein bisschen Dann sagst du, dead follow up Und sofort ist sie wieder mad am Start Und macht einen auf Global Ach nee, er ist der Challenger Global Alles klar Aber ich hab immer noch TP Also irgendwie bot Ey, wir können ja mal gleichzeitig Also du, Vicky, und ich TP Ja, das Problem bei meiner Ulti ist halt Die ist so, ja Ja, dann müssen wir halt abstimmen Ja, wenn man TP channet Und meine Ulti ist dort auch relativ gleich Oder? Niemals Ich hab meine Ulti komplett gewastet Nice Victor kommt hoch, Victor kommt hoch Jo, ich wollte kurz Vielleicht können wir ins Sandwich Und LeBlanc kommt diesmal auch Gehst du runter? Das kommt gar nicht Ja, dann ist er Blue-Waffe gegangen Ich komm halt nicht ran Was ist denn das, Mann? Hä? ICF Aber ich hab wieder Ulti ab Ich komm mal mit Ulti Oder warte Ich komm nicht mit Ulti Ich stun ihn einfach noch Oh, der Panzer und Jungle ist so nice, Alter Die Carries sind am Start Aha Wollte gerade schon sagen, dass wir jetzt Bot gehen Aber die sind alle fast full life Na ja, Victor ist gleich auch Bot gemovt Muss nur sagen, ne? Ich hab noch Dann geh ich nur kurz im Busch Ja, ich will aber eigentlich gar nicht fighten Ohne AD Carry fight ich nicht so gern Ich auch nicht Der Bot ist auch halt voll nicht deep drin Oh Scheiße Dead Flash Challenger Mal LeBlanc kommt Eventuell geht noch was? Na Ja, sie kommt gar nicht mehr zurecht Ich geb Bot mit Ulti Aber du brauchst nicht kommen Ja Ja, ja, das ist noch Top-Lehne Ja, passt schon Wir haben Kabel kommen Was macht Vayne? What the fuck? Ja, Boots of Swiftness sind halt so geil mit Pantheon Ich komm nicht ran Aha Das ist nicht dein Ernst Alter Junge Ich geh halt übelst steil, man 3-1-4 Du 3-1-2 LeBlanc 4-1-3 Wir brauchen keine Vayne Wir brauchen keine Bot-Lane Ja, die Syrah ist gar nicht mehr so schlecht eigentlich Vor allem, sie hat halt genauso viel Farm Ja, 2-1 Das ist Ja, Schuhe kaufen wir immer noch nicht halt Fast for the Lois Ja, bei halt immer noch nicht TP-Eat, ne? Ich hab's halt seit 10 Minuten Ja, ist egal Lieber man hebt ihn auf, als dass man ihn verschwendet Mhm Ja, 2-Levy-Beit ja so auf jeden Fall Nice Bei der Farm ist halt immer noch nicht so geil Naja, du hast den zweitbesten Ja, aber Goldniveau Haha Ist das ja so Oh Gott Was macht Wayne? Schau's dir an Sie steht einfach daneben und ignoriert's Okay, jetzt geht sie rein, weil Victor kommt Na, ich bin down Hast du ein Wort? Ich komme, ich komme Ja, TP, Mann Ich hab halt komplett verkackt Ja, scheiß Geh lieber weg Weil Blitzkring ist auch da Was meinst du? Quartver? Ja Ja, warte mal Du kannst vielleicht doch rein, weil LeBlanc... Oh Okay, geflasht hätte ich jetzt vielleicht nicht Aber Das sieht doch nach was aus Ich komme halt... Ich... Ich habe halt schon extra die Mastery genommen, ne? Damit ich schneller bin Ja, LeBlanc macht schon Passt schon Nice Nice Okay Sehr schön Das Flash, Mann Ja, der Flash Haha Das Flash Der war chillig War eigentlich komplett just Ja, passt schon Und Syrah Ja, die MF, die tut halt schon weh Wenn die mal in einem Fight dabei ist jetzt dann Das wird dann nicht so sahnig Aber schau mal Nice Der versucht auch hier seinen Ball zu zeigen Sag mal, wenn die Action abgeht, dann kann ich es aufnehmen Weil sonst sieht man hier nur das langweilige Jungle Gefahr, Mann Hahaha Ja, hätte... Hast du es gerade aufgenommen? Den Fight? Ja, den Flash habe ich drauf, ja Ja, ja, toll Die wichtigen Sachen, die sind drauf, ja Easy Bad clicking is very hard Oh god Ich laufe halt direkt in die Spiele Ja, vergiss es, ey Junge, hier hast du schon mal das Ammo-Wald hier Ups, hier Und MF war hier, äter Das war schon ein bisschen Ja, du ja, Leu, jetzt selten gespielt hast du gar nicht Hast du schon mal dieses eine Item gesehen mit War mal Äh, 300 Leben, 400 Mann, 80 AP Aber jetzt nicht, what? Das ist voll strong of wise, ey Wenn du mit what, äh Ja, mit what schlägst Das ist der Hextech-Gürtel, oder wie das heißt Ja, Hextech-GLP800 Ja Ja, danke Wise ist halt dadurch richtig strong Tja Macht Vayne jetzt mal ein Red Buff oder was, Alter Fick die Hure, Mann Shit, ey Oh shit, boy Ey, was macht denn die, Alter, what the fuck Naja, wenigstens Oh, ich muss mir noch Sonja's kaufen Wenigstens hat sie einen Shutdown bekommen Er gönnt sich einfach Er gönnt sich einfach Jo, er hat gar keinen Bock mehr, glaube ich Ja, mit 1 Sexte hat ich auch keinen Bock mehr Ja, ich weiß Die machen wahrscheinlich Drake gleich Oh, ein Tor What the fuck Alter, das war jetzt legit nicht sauber, Mann War da am Wort drin Ähm Ich hab's halt gesehen Auf einmal ist AmoMu bei dir Ja, Alter Hast du die Range gesehen? Nee Ich hab nur Das war halt Das war halt Alter, Junge Das war halt wirklich Es hat mich halt nicht getroffen Ich stand hier Und plötzlich ist es einfach so ein Stück länger geworden Und hat mich trotzdem noch getroffen Ja, das ist bei Amo Irgendwie immer so komisch Junge Ich denk mir jetzt Das trifft mich ja eh nicht Und dann Und wiederholen so ein Wenn die den jetzt nimmt, ne Wollt schon sagen Auf dem Weiß ist halt Blu-Waff gar nicht wichtig, ne Naja Ist es auch nicht Wayne braucht den Sie spammt auch ihre Skillshots Ja Ich bin aber so nett Und lass ihr Web Tja Soviel zu meinem 3-1-Stats Jetzt ist es 3-4 Nieder Ja Ich geh jetzt gleich Tanki Nach Dingens Death's Dance Ne man Wie heißt jetzt nochmal das Item Normal weiß ich es immer Genau Mein Mortius Genau Wie heißt es They're gonna carry your ass Vayne auf jeden Fall Wir haben den Drake Alter die soll ja aufhören Meinen scheiß Jungle zu machen Die dumme Note Oh fail Smile Alles klar Junge was ist das für ein Wirklich halt Das sind Leute wie Vayne Mutant Oh mein Gott Warum macht Victor so viel Schaden Ey der steht 4-5 Loll Hast du es gesehen Ich komme zur Rescue 10 Sekunden zu spät Alles klar Ey Was macht Victor denn für Schaden Ja seine OT 600 Schaden Da ist Syrah hat gerade Dingens Ja so von wie von Vayne ist richtig am Tilden Alter Junge so Leute wie die Ja es ist einfach So Leute wie der Alter ohne Scheiß Den sollte verboten werden Spiele zu spielen Warum spielt das denn Alter Macht dem Macht dem sowas Spaß Alter What the fuck Äh ne Hallo Boah Holy shit Nein Ich hab den Falschen angegriffen Und sie kriegt den Kale Trotzdem mit Ignite Alter Das ist Fies Batman Ey Wenn du flasht Den Falschen angreifst Und dann der andere Sowieso den Kale bekommt Loll Was macht denn Syrah What the fuck Alter irgendwie ist gerade Jeder am Trollen Syrah farmt halt einfach Minions statt den Victor anzugreifen Jesus Christ Nein Er ist halt Oh Alter wie schnell ist denn der Alter Schneller als du Ja ich brauche jetzt Tanking Dass man nicht hasst Also ich werde die ganze Zeit Gewonshottet Gefühlt Ich kaufe dir mal Mortius Ich kaufe mir zuerst Banschies Wegen scheißer Momo Grab Pass auf Ich werde echt auch gecrapped Wollte ich schon sagen Genau das macht er die ganze Zeit Mit mir Der grabt mich Und macht Instant OIT Auf einen Einzel-Target Oh Okay Wollte ich schon sagen Warum macht MF so viel Damage Aber hat Die einzige aus dem Gegner-Team Die wirklich Schaden macht Hä die hat Essence Reaver Und KDU Ja Und sie hat keine Boots Nice Ich könnte Aber ich habe jetzt Donjas Vielleicht mal zeigen Wer hier der Herr im Haus ist Junge Ja Over 9000 Ich bin halt wieder Der der stirbt Weißt Das ringt so auf Alter Vielleicht war Pantheon Doch 3 1 auf 4 6 Abzüge Eine B-Note Ja Man muss es ja so sehen Das ist mein erstes Game Mit Pantheon Seit Also Ranked Games Seit Keine Ahnung Was weiß ich Ich habe eine 900er Meisterschaft Aber ich finde Der ist einfach cool Ja Der ist auch gut Gönn mir jetzt erstmal den Redbuff bevor der wieder die dumme Hure macht Aber ich wollte ja auch eigentlich Gar nicht sagen Dass du Scheiße spielst Also Ja Ich weiß aber Trotzdem Muss erstmal reinkommen wieder Aber Ich meine Der Jungler braucht ja keine Käse Ich opfer mich gerne für das Team Ja ich komme zum Redbuff Meinst du das dir Sinn oder was Was Meinst du das hier jemand ist Nee Ich bin neben Fick dich Er bräuchte nicht mal einen Drake dann Wayne wird halt wieder penetriert Ähm Weißt du ob der im Blue noch ist Habt ihr eigentlich Lied gehabt Ja Eigentlich schon Du hast ja eigentlich ja wieder da sein Du hast ihn doch erst letztes gemacht mit Wayne Ja Er ist nicht da Er ist nicht da Er hat ihn Victor gemacht Äh top push rein Lass mal mit Oh nice Pfff What the fuck Alter er springt halt rein Eins gegen drei man Shit Oh shit boy Es sind hier die Plays Oh Was machst denn du Oder ihr Äh Victor hab ich noch gekillt Und fast noch Amomo Ah scheiße scheiße Ah er exhaustet mich natürlich Oh mein Gott Ah nein Aber weißt du Syra gönnt sich ja doch einfach Sie fightet dann lieber eins gegen drei Wenn ich tot bin Nein sie hilft mir nicht Na Oh der Soul steigt schon wieder in mir auf Bin halt noch 20 Sekunden tot Ich hab halt TP ready Dafür haben halt zwei Double Kiss Äh zwei Double Kiss Zwei Double Kiss Ja lass mal Track jetzt Fokusen Ja wann ist fronten der Ah ja Ja zehn Sekunden Ja ich hab eh OIT Falls sie ihn machen wollten Nein ich denk mir nicht Ach ey vor allem diese Zeichen Die da immer angezeigt werden Ja das riecht so auf ey So schlecht Das verwirrt mich nur übelst Ah Ich denk halt jedes Mal Das ist halt hier jetzt äh Jetzt Bergdrache Bei Wind denke ich Ist es Wasser Ach keine Ahnung Das ist eigentlich was gut dargestellt Das ist Feuer Darf ich Blue Buff haben? Ich denk mal LeBlanc gönnt sich den Ach komm LeBlanc Ja lass ihn in LeBlanc Die darf Ja die hat wenigstens Die hat die KS Ja sie haben halt Drake Oder ne Scheiße Alter ich hab halt Angst vor einer MF Ich hab Angst vor einer MF In den Busch zu folgen Das ist schon fies Batman Oh RIP Ja RIP Ist ja mein Fail Mann was Was mach ich da eigentlich Ist man wirklich Ich weiß es nicht Oh wo Wir sind halt wieder 3 gegen 5 am Drake Ja mit Vayne brauchst du den Ich rechne die Spieler nicht mit Ja aber was macht Zyra denn Toplane Lass doch Yasu da oben Machen was er will Ja wir spielen halt 3 gegen 5 Ja ist auch 3 gegen 5 Egal wie jetzt selber steht Ja Ich hasse jetzt solche Leute man Dann sollen sie halt Was weiß ich ey Nicht spielen man AFK gehen Ja das auch nicht Aber Sie sollen halt gar nicht erst anfangen zu spielen Wenn sie dann eh nur trollen Können sie ja so Normal Games zocken oder nicht They see me rollen Ah die pushen Botlane Ah hab TP Mit 0 wischen Weil die halt kein scheiß Sidestone kauft Das regt halt so übelst auf Einfach ne Mit der guten Zyro Die können wir ja schon gewinnen Na die war jetzt nicht so schlecht Ah die Yasu und Victor Die hat mich noch bekommen Oh Oh Die Victor Die hat mich noch bekommen RIP Geh auf Yasu vielleicht oder Kriegst du den noch Okay Ist schon tot Ne Mein MF macht mir wirklich Noch zu viel damage Obwohl ich so ein jetzt hab ne Ja ich brauche auch Rüstung Jetzt ey Scheiß auf Stund Von meinem Morty Was Much Information Gerade Locked Dead Wayne Was ist Ja Aber Zyra genauso Hat ja kein Sidestone Das regt so übelst auf Gewisserweise Flamen wir ja auch mal Wir spielen wir Das sind doch normal Ja Weißt du Das sind halt Basics Mann Welcher Support Kauft denn kein Sidestone Mann Das sind einfach so Sachen Die triggern mich halt richtig Da kriege ich einfach Ein Hals Mann Und dann diese Wayne Wie sie halt auch noch Jedes Moment Red Buff nimmt Weißt du Die kämpft noch eh nicht Alter Ja Aber sie cleart halt Schneller meine Jungle Camps Damit weißt du Hilft ihr halt schon weiter Kein Kommentar Ich gönn mir den jetzt Ey Fick Wayne Snack in dir Hast Smite Ja Ich mach Smite Du hast deinen letzten Ritter Oh Genau Gleich schreib Wayne I go AFK Ja Er portet sich schon back Scheiß Bastard Alter Back Ja ich könnte mir Du die rein Aber Ich weiß nicht Ey lass mal Wir sind halt nur Ich glaub Wayne ist wirklich Afka Er ist halt so ein richtiger Bastard Alter Was bringt ihm Red Buff denn bitte Er hat noch keinmal mitgefightet Er lässt sich immer Solo catchen Rain kommt Er ändert nichts an der Tatsache Ja Oh Er gönnt sich Er gönnt sich Ich kann halt nicht mal so nichts Wie trifft mich der Scheiß noch Ja Wir haben verloren Das war halt hart mein Fair Was willst du machen Du spielst das ganze Game 3 gegen 5 Das ist echt so Wir hätten es jetzt eh nicht Glaub ich gewinnen können Im Late Game Weil Ja Außer wir hätten halt übelst Die Catches gemacht Ja LeBlancs auch RIP Und jetzt der letzte lebende Mann Jetzt kommt der Pentacle Die letzte lebende Pussy Das ist echt so Oh was macht er Er rennt einfach so top Dann geht sich Einen kompletten Fuck Alter Schaut euch diese Missgeburt an Noch ranzoomen Noch ranzoomen Zuki Zuki Ruu Alle mal der Blogliste hinzufügen Und alle mal reporten irgendwie Ruki Ruu Schreibt ihn alle an Und beleidigt ihn Junge ich kann halt nicht mehr rauszoomen jetzt Soll ich Ja Barry ist schon weg man Ja es ist schon zu spät Ja Worf würde ich mit rein tippen Aber Ja ich bräuchte den Blutdrinket jetzt Ich hab jetzt keine Ahnung Ja erledigt Weißt du Weil Gib mir mal einen Blubuff Sonst hast du Veinlich noch Blubuff Ist echt so Ich mach die Das kämpf nicht Ich mach nur wegen Naja Sex Ja das war so aus Als würdest du das nicht nehmen wollen Spassiges Game ja Weil es hat er gut angefangen eigentlich Hä es war eigentlich perfekt am Anfang Ist echt so Ja ja gut Ja vor allem Yazu ist mittlerweile ausgefangen Irgendwie keine Ahnung Ja weil er ja so ist Er baut einfach off tank Er ist weg Ne ne Läuft er mich rein Lol Das Flash man Aber dafür muss ich den Vein Oh Gott die Vein Die wird jetzt schön geraped Na ja nicht mal lol Einmal durch Ich dachte das wär ein Ward Ich mach auf der Minimap so drauf Kommt halt nix Ach ja wir können ja eh keine Wards haben Da hast du nicht ganz Unrecht Das schlimmste sind halt noch Leute denen du auch noch sagst Und die es dann trotzdem nicht kaufen Aber ich hab die mittlerweile eh alle gemutet Oder Ne Oh ist das der Ahndrache Nein Ey es ist zum Glück nicht der Ahndrache Ein paar Sekunden zu früh Warum haben die jetzt 10 Sekunden oder so nicht gewartet Na Sarah tot Ja Ist halt vollkommen egal eigentlich Können machen was sie wollen die Gegner Wir können das Spiel nicht mehr drehen Guck mal ich hab halt so viel Zitz hier auf mich dran Da holt dich jetzt rein Let's go Es könnte wirklich ein Double Kill sein Ist das ein Double Kill? Nein ist das halt der Kill Ahhhhh Ich hätte den halt beinah nicht bekommen Man what the fuck Dings da Das war ein Hit glaube ich von MF Ja warte Ja Na gut man sieht ja nicht wie viel jetzt sie gemacht hat Ja Bin glücklich über den Kill den ich bekommen hab Besser als nichts zum Schluss Dauert halt länger auf Glati Ja Jetzt wird für mich interessant wie viele Punkte ich verliere Bestimmt 20 oder so Jetzt ist es für mich interessant ob ich Silber 1 stelle Oder weiterhör ich auch mit dem Account Ja wird halt etwas spannender jetzt Bisschen spannender wie der Promospiel Ja jetzt wo wir eingespielte OneTrick sind Wird es easy die Promo Eingespielte OneTrick Oh mein Gott Das war's mit der Folge Er ist noch Gold 5 Perfekt Ja War ja ein spaßiger Start Hoffen wir dass es beim nächsten Mal ein bisschen besser läuft Ja Und ja dann sehen wir uns bis dahin Macht's kurz rein Und tschau tschau Jo Viel Spaß noch Ja Ist schon ganz Groß road Okay Also JHO Die 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 Si